ich muss mir nämlich jetzt erst einmal etwas absichern für diese sache ziehe ich jetzt auch mal die brücke hier hoch ob es falsch so sorgen wer kommt pult in lever sehr schön gut die brücke ist schon mal weg das heißt die goblins werden auf jeden fall in meine fallengang tappen kann ich noch eine cage trap ja kann ich noch eine cage trap so ich hoffe mal die cages reichen es sei ein animal nehmen wir mal den dog und noch einen anderen dog es regnet draußen da werden sich die aber freuen mit ihren krokus quiver werden hergestellt sehr gut gucken wir uns mal kurz ein unserer zwerg unserer waffen zeige du bist am arm verwundet aber nur leicht das ist okay inventory krokodil blutspritzer keine munition drin im quiver backpack hast du aber und waterskin hast du auch nur du hast noch keine money in deinem quiver dabei müsste hier money jetzt sein bis zum abwinken wirken crossbow da sind jede menge bolzen genau naja geben wir ihnen noch etwas zeit die waffen fallen brauchen eh eine weile bis sie aufgestellt sind und gespannt sind du da bist aber nicht in dem käfig gefangen oder du installierst den oder oder gehen ja laut cage trap sehr gut ok erste käfig falle ist geladen was macht mein anderer mich hernig der trinkt ok obwohl das könnte der da sein der geht jetzt gleich trinken so die schatzkammer ist überfüllt mit mir erstmal sagen wir mal dafür dass das mir erstmal nicht austreten kann also der schatzkammer ist erstmal egal so käfig fallen werden langsam werden auch bespannt also ja ich habe es ja wahrscheinlich noch nie erklärt aber käfig fallen erstmal braucht man einen mechanismus und dann braucht man leere käfige um die fallen zu bespannen ich glaube ich werde erstmal versuchen die trolle dann loszuwerden was sagt das essen trinken trinken könnte besser sein ähm wird gerade destilliert nein egal ob es trinken mache ich mir Sorgen wenn es unter 500 ist das blut verflüchtigt sich langsam vor dem getöteten abos schützen an führer die sind alle noch ganz wild ok äh du pull dich mal so was sagen meine quivers die quivers sind alle fertig deswegen squad a move befehl ruf dich mal bitte dahin squad und schalt die beiden für mich aus ich hoffe mal das kriegt ihr hin jawohl sie schießen schonmal ja sehr schön so habe ich mir das eigentlich erhofft jetzt schießen sie auch mit besseren bolzen ok krokodil einer ist schonmal weg und der zweite ist weg gut kann ich die trolle einfach anlocken indem ich den lever pulle was ist dein problem ach du bist müde kommen die trolle jetzt von da unten hoch nein kommen sie nicht also muss ich wahrscheinlich auch die brücke pullen so den lever pullen jetzt kommen die trolle wie viele käfig fallen sind bereit noch nicht so viele pull pullst du den mal die müsste jetzt gepulst sein jawohl äh gucken wir mal wo sind die trolle ok wir haben einen gefangen die anderen sind dort eingesperrt gut squad a move mal hier hin so von da aus könnt ihr die trolle nämlich ins feuer nehmen sehr schön so wie sieht der troll aus unten ok ihr könnt mal wieder einpacken gehen der eine troll da der scheint bewusstlos zu sein und ich guck mal kurz äh hab ich mal im squad ist aus Versehen noch ein Buffet gegeben nein ein troll ist eingesperrt ach da sind hier noch mehr trolle ein troll ist eingesperrt da sind zwei trolle und da ist noch einer ok lassen wir meinem crossbow trupp erstmal ruhe glaube ich für ein paar minuten dann können wir uns die restlichen trolle vornehmen ja und dann wie weiter da müssen wir wieder anfangen hier oben gobos reinzulocken ist ja bloß die trolle versuchen abzuhauen stimmt ich habe die trolle nicht gefangen so hier werden weiter fallen bespannt ich glaube ich versuche mal kurz die trolle zu fangen also auf der brücke zu fangen so zur not laufen sie halt den käfig fallen rein das ist ok seit ihr des wahnsinns military bunker befehl an so gut f3 pull den lever und ich sollte definitiv hotkeys war hotkeys war howling zones hotkeys war groß h f4 f4 name is a bridge und zoom hier so gut f3 pull den okay einen habe ich gerade runter geschmissen den hat es dabei auch verletzt so squad a movt mal kurz da hin genau und schießt mir den troll da weg habt ihr keine munition mehr oder was ak greift ihn da an ihr habt nicht keine muni mehr oder inventory inventory quiver nein inventory backpack quiver nö squad so zieht euch mal zurück bei general steht da immer noch ganz mutig was hast du denn was machst du denn go to archery practice naja sie holen sich jetzt waffen käfig fallen werden weiter gespannt und die waren sich auf meinem refuse stockpile breit ja sorry tut mir leid ist es gerade zwar sehr spannend leute aber die zeit ist leider wieder rum deswegen mache ich hier pause pausiere ich hier und mache erstmal einen cut und dann gucken wir gleich weiter wie es mit der invasion los geht er weiter geht also bis gleich gleich